ja hallo grüßt euch gleich wieder die kamera wahrscheinlich streben mal das muss dann gleich wieder geändert werden so hallo herzlich willkommen hier bin ich wieder zum heutigen sonntag ja dem ostersonntag wie man so schön sagt man kann auch besser sagen den auferstehungs sonntag über die kirchengeschichte über das was jesus getan hat ja schauen wir mal dass das jetzt auch funktioniert hier die kamera ist wohl noch nicht so richtig drin das interessiert mir jetzt nicht nur ein bisschen einstellung so richtig passend tut es mir noch nicht also das muss ich leider leider sagen ja jetzt haben wir es jetzt haben wir es also noch einmal herzlich willkommen zum heutigen sonntagspredigt dem auferstehung jesus christi man sagt ja weltlich gesehen den ostersonntag aber es handelt sich eigentlich um die auferstehung von jesus christus ja dazu müssen wir dann hier rüber gehen also ich lese dann gleich einmal das losungswort vor und dann starten wir also erstmal im namen gottes des vaters und des sohnes und des heiligen geistes in jesus namen ja manchmal ist das noch ein bisschen schwierig mit den einstellungen also ein etwas wichtiges ist mir gelungen da hat der herr mir wirklich weisheit gegeben und auch wirklich das gelingen lassen und zwar den video player und nun ist es tatsächlich so dass wenn ich den video player dass das wirklich richtig funktioniert dadurch werde ich dann diese welt hier also bei wie archit offiziell veröffentlichen können so dass dann auch gäste rein können dieser video player der vorher war also das war mehr so nur ich konnte es sehen und meine kamera halt so dass ich das streamen konnte bei youtube aber nicht aber nicht gäste also wenn gäste reingekommen sind dann haben sie nichts gesehen und nebenzufolge konnte ich das leider nur so machen wie es bisher war jetzt aber ist es mir tatsächlich gelungen den ja jeden wieder player hier einzubauen und nun ist er für alle alle sichtbar auch die die hier drinnen sind ja gut dann fangen wir mal an ich liege und schlafe und erwache denn der herr hält mich aus dem psalm 3 vers 6 ich liege und schlafe und erwache denn der herr hält mich und dazu das losungswort aus markus 6 also hier die unter lehrtext aus markus 16 9 bis 10 als jesus auferstanden war früh am ersten tag der woche erschien er zuerst der maria magdalena von der sieben dämonen ausgetrieben hatte und sie ging hin und verkündete es denen die mit ihm gewesen waren die leid trugen und weinten warum weinten sie warum trugen sie leid warum trugen sie leid warum trugen sie leid was war geschehen zuvor naja wir können es einfach sagen gerade wir christen ja jesus wurde gekreuzigt aber wisst ihr dass sich mal nicht nur einfach zu sagen nicht nur einfach zu lesen sondern sich das wirklich mal inne werden lassen sich mal wirklich darüber gedanken zu werden und sich mal richtig teilweise auch vorzustellen man kann über den film halten was man will dieser film passen christi er hat aber eins gemacht wenn man so heute in der bibel liest dann liest man einfach in wenigen versen kann man sich über jahrhunderte durchlesen also in wenigen versen ist das ganze geschehen aber der film passen christi beleuchtet ist wirklich was passiert ist in aller einzelheit und das ist schon heftig ich habe hier einen kleinen film mir bei youtube mal rausgesucht und da möchten wir mal drauf eingehen jetzt möchten wir uns das mal anschauen das geht jetzt nicht lang das ist mehr so eine art animationsfilm aber er beleuchtet es auch sehr gut es ist von einer von einer kirche in china eine freie gemeinde freie kirche und die haben das recht gut dargestellt und da kommt da noch etwas da habe ich am anfang ein bisschen zurückgeschreckt habe ich mir überlegt kann man das wirklich bringen ja man kann weil es trifft ja auch genauso das sieht man ja auch wenn man sich im kolosser brief das anschaut was ist dann da geschehen am kreuz wofür war das ganze ok dann starten wir mal den film zuerst und dann gehen wir weiter ja 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 Father, forgive them, for they know not what they do. Father, forgive them. 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 Why have you forsaken me? Father, forgive them. Finish! Father, forgive them. Through your hands. I commit... my spirit. My spirit. I would say to you. I need you in a spirit. I should say his word. Ja, ihr Lieben, das ist das, wenn man, ich mache mal wieder die Kamera an, ja, das ist, ich fand diesen Film ganz gut, weil er doch eigentlich so die geistlichen Hintergründe beleuchtet, was da eigentlich in Wirklichkeit stattgefunden hat. Und das heißt ja auch, dass sich der Himmel verfinsterte und alles, wisst ihr, es gibt noch eine andere filmische Darstellung, die fand ich auch recht interessant, und zwar, vielleicht kennt ihr den, und zwar auch diesen Film hier, was geht hier gerade mit meinen Händen, den Controller, Ja, da gibt es halt diesen Film, wo eigentlich die Geschichte von Jesus Christus mehr so im Hintergrund stattfindet, hier diesen römischen Film, der da immer wieder auch so, immer wieder so kommt, das komme ich jetzt gerade nicht so auf den Namen, Aber in dem Film wird dann gezeigt, wie zum Schluss, naja, als sie dann zuschauen, wie Jesus gekreuzigt ist, da wird die ganze Erde mit dem Blut Christi gedrängt, so als wenn sie reingewaschen wird, was natürlich nicht ganz richtig ist. Die Erde, die Welt selber wird nicht reingewaschen, aber ab dem Zeitpunkt ist es möglich, dass Menschen zu Gott kommen können, ja, sie vorher erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist, das kommt erst später, das kommt, ja, mit der Ausgießung des Geistes bei Pfingsten, aber ab dem Zeitpunkt ist die Sünde der Welt getilgt. Da hat der Herr sie auf sich genommen, seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Theoretisch könnten alle Menschen gerettet werden, theoretisch. Praktisch ist es halt leider so, dass die meisten gar nicht wollen. Tja, das ist halt das Tragische. Aber sie könnten, wenn sie denn hätten wollen, wenn sie würden kommen und sagen, Herr, komm mit meinem Herz. Ja. Danke. Dann würde der Herr zu ihnen kommen. Aber leider wissen wir, dass die meisten das nicht wollen. Aber das hat der Herr Jesus dort getan. Er hat der Welt Sünden getragen. Er hat das Ganze auf sich gezogen. Lest mal im Kolosserbrief. Der Schuldschein ist zerrissen. Der Schuldschein, der gegen uns Menschen gerichtet war. Die Sünden. Alles, was wir getan haben. Ja, die Verfluchungen. Wie oft fluchen wir Menschen? Wie oft flucht man? Alleine, also ich weiß noch, als ich damals noch unglaublich war und in den Kneipen gegangen bin, wie oft hat man da geschimpft und gezetert über die Menschen, über andere Menschen und sie regelrecht verflucht. Und all das hat der Herr getragen. Weil wisst ihr, das, was wir sehen, was wir auch mit unseren Worten sehen, das ernten wir auch. Und wenn die Menschen dazu vom Feind verführt werden, anderen Menschen zu fluchen und über sie zu schimpfen, zu lästern, dann ernten die Menschen das auch wieder. Wie ist das denn bei einer Ernte? Du siehst einen Samenkorn und erntest eine ganze Traube. Frucht. Du erntest nicht nur einmal, sondern hundertmal, tausendmal. Und wenn Menschen fluchen, dann ernten sie nicht nur diese Flüche, die sie gebracht haben, sondern wiederum zigfach. Und so ist die ganze Welt voller Fluch, voller Trübsal, voller Müll, voller Dreck. Darum hat der Herr ja auch gesagt zu dem Apostel, als Jesus dann mit den Füßen waschen anfing, sagte ein Apostel, nicht nur meine Füße, sondern auch mein Kopf und meine Hände und so weiter. Und da hat er dann daher gesagt, ihr seid schon rein um das Wort des Willens, das sich zu euch geredet. Aber wer sich nicht von mir mal die Füße waschen lässt, der hat dennoch keinen Teil mit mir. Und wir lesen das an anderer Stelle. Da heißt es dann in den Briefe, dass wir, dass wir im Prinzip, wir müssen, wir werden, wir haben Gemeinschaft untereinander. Wenn wir in Christus sind, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut, das Lammes reinigt uns von aller Sünde. Und da heißt es auch, dass wir immer am Abend mal teilnehmen. Das ist wichtig. Nehmt daran teil. Und glaubt, was es verheißen hat. Ja. Und lasst für euch beten. Tretet zusammen in zweier, dreier Grüppchen miteinander. Und, ja, betet füreinander. Und wendet die Vollmacht an. Die Vollmacht, die der Herr gegeben hat. Und indem er sagte, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den es sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den es sind sie behalten. Aber weißt du, wenn du ein gläubiger Christ bist, wenn du wirklich dem Herrn, deinem Herzen hast und von der Liebe Gottes getrieben bist, wenn du die Menschen liebst, dann wirst du ihnen die Sünden nicht behalten. So wie auch Stephanus einst. Als er doch sogar zu Tode gesteinigt war. Wobei er die Augen aufgingen und rief, Herr, erlasse ihnen die Sünden. Behalte sie ihnen nicht. Und so ist es auch. Welchen wir die Sünden vergeben, dessen sind sie vergeben. Das hat wirklich eine Wirkung. Da hält sich Gott dran. Wenn wir Menschen die Sünden vergeben, dann sind sie vergeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen, auch zwei oder drei in seinem Namen und dann füreinander beten und ja, auch die Sünden bekennen und die Vergebung zusprechen. Ich rede ja nicht vom Beistuhl. Ja, leider, die katholische Kirche hat das entfremdet. Ja, hat so viel falsch gemacht. Letzten Endes sind da ja auch kaum mehr Gläubige. Aber wisst ihr, der Sinn ist eigentlich der, wir kommen zusammen in zwei oder drei in seinem Namen zusammen und dann tun wir ja auch erzählen, was wir für Probleme haben. Wir bringen das vor dem Herrn ans Kreuz. Jesus hat gesagt, dass er mitten unter ihnen ist. Also mitten unter uns. Und wir bringen es zum Herrn. Wir sprechen das aus und lassen uns durch gläubige Geschwister, die selber den Heiligen Geist in sich haben, die Vergebung in Jesu Namen zusprechen. Ich kann das immer nur wieder versuchen zu predigen. Ich kann das immer nur versuchen, euch ans Herz zu legen. Lasst euch die Vergebung in Jesu Namen zusprechen. Nehmt es an. Das hat Jesus dort bewirkt im Kreuz. Dafür hat er echt bezahlt. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Last. Ja, aber er ist ja nicht im Tod geblieben. Das ist ja die frohe Botschaft, die wir ja haben zu Ostern. Es ist ja nicht so, dass wir hier quasi auf Eierfang sind oder sowas. Nein, es kommt auch kein Osterhase. Nein, die frohe Botschaft ist, Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden und er lebt. Und nun können wir zu ihm kommen. Er hat für uns die Schuld am Kreuz getragen. Aber nun lebt er. Er ist auferstanden und er herrscht. Er ist der König der Könige. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und durch seinen Geist wohnt er in uns drin. Ja. Und so möchte ich das einfach auch mal vorlesen. Die Auferstehung Jesu aus Markus 16 Und als das Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobs, und Salome wohlriechende Gerüche, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den großen Stein wohl vom Eingang des Grabes? Wisst ihr, der große Stein. Ja, also, so war das gewesen. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Damals wurden die Toten in Israel nicht in dem Sinne begraben, dass man quasi eine Grube ausgehoben hat und dort die Toten reingeschmissen und dann die Erde drauf. Nein, sondern man hat eine große, ein Felsengraben, man hat eine Höhle genommen. Man hat die Toten gesalbt und einbalsamiert und gebunden und so weiter und dann hineingelegt und dann einen riesigen Stein davor hingewälzt. Einen Stein, den die Frauen unmöglich hätten alleine wegtragen können, zur Seite schieben können. Einen Stein, der so groß ist, dass er nicht mit eines Mannes Kraft einfach so zur Seite geschoben werden könnte. Tja, und das fragten sie sich. Und als sie aufblickten, da sahen sie, dass der Stein bereits weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu rechten Sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er auch nach Galiläa vorangeht. Dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber in Zittern und in Sätzen befallen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, da erschien er zuerst an Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Ja, seht ihr, das ist das, was in dem Lehrtext steht von heute. Diese ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als sie das hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, da glaubten sie es nicht. Ja, so sind wir Menschen. Ja. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und sie gingen hin und verkündigten es den übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Am Anfang zögerten sie noch alle. Ja, wisst ihr, Jesus hat auch schon als Mensch vor der Kreuzigung, da hat er bereits Tote zum Leben erweckt. Wie zum Beispiel den Lazarus. Was war eine große Kunde? Was hat Jesus nicht für Wunder getan? Und dennoch seine Jünger zweifelten dann am Ende. Sie zweifelten und glaubten das erst nicht. Ja, Thomas, wir wissen von Thomas, der dann sogar sagt, ja, solange ich nicht meine Hände in seine Wunden lege, will ich es nicht glauben. Er sagt ja, er will es nicht glauben. Der Herr kommt dann und sagt, ja, fass noch nie, nein. Und zweifle nicht, sondern glaube. Und was macht dann der Thomas? Er wirft sich vor ihm nieder. Mein Herr und mein Gott. ja, aber das ist total, weil er ihn gesehen hat. Und was sagt der Herr Jesus? Selig sind die, die das nicht sehen und dennoch glauben. Natürlich ist er auch der Thomas selig. Ja, aber es ist, es ist, wisst ihr, das ist das, was wir heute hier haben. Wobei das natürlich auch so eine Sache ist. Also, ich selber bin davon überzeugt, dass ein Mensch, der zu Jesus gehört, der hat auch Offenbarungen von ihm. Er hat ihn im Geist gesehen. Ja, irgendwie, oder dass Gott direkt zu den Menschen spricht. So habe ich das erlebt und eigentlich höre ich das immer wieder von gläubigen Christen, die das auch, die, ja, die haben auch so Offenbarungen direkt von Gott. Und das ist wichtig. Denn wir wissen, wovon, wovon wir sprechen. Also, ich weiß, dass, viele Gottlose, die sagen dann immer, ja, Glaube heißt nicht wissen. Aber das stimmt nicht. Das ist falsch. Wir wissen, woran wir glauben. Wir erleben Gott. Wir erleben ihn. Moment, ich mache gerade hier meinen Stecker hier rein. Genau, damit das, so. Wir erleben ihn. Wir sehen das, was er tut. wir können ihn bitten. wie oft hat der Herr nicht schon unsere Wünsche, unsere Gebete erfüllt. Genau. Danach offenbarte er sich verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Und der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hat, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort mit dem begleiteten Zeichen. Amen. Steht da irgendwas davon? Ich muss hier nochmal die Kamera rausholen. Steht dort irgendwie etwas, dass im Laufe der Jahrhunderte, vielleicht der Jahrtausende, die Zeichen aufhören? Ich weiß, es gibt so einige christliche Gruppen, die sagen dann, ja, wenn das Vollkommene wird, dann werden die Zeichen aufhören, ja, aber das bezieht sich jetzt nicht darauf. Und das Vollkommene ist ja nicht die Bibel selber. Das Vollkommene ist, wenn alles wirklich alles in allem Gott ist. Hier steht, was Jesus sagt im Missionsauftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Dieser Auftrag gilt bis zum Schluss. Er gilt immer noch. Und wer glaubt und getauft wird, also untergetauft wird, so interpretiere ich das, weil es einfach so in der, ähm, im Originaltexte geschrieben steht. Das Wort Taufe selber, das hat ja, das ist ja, also hier man, das damit interpretieren, dass man einfach nur Babys beträufelt. Aber wie, äh, wie hat denn, äh, wie hat denn der, der Johannes getauft? Er hat sie nicht beträufelt. Er hat sie untergetaucht. Untergetaucht hatte sie. Ja, und das in den Fluss dort, ne? Ich glaube, das war der Jordan. Er hat sie untergetaucht. Und so sollte es auch sein. Ich bin damals, als ich zum Glauben gekommen bin, 2003 auch, nur besprenkelt worden. Aber das hat mich keine Ruhe gelassen, sage ich euch. Es hat mich wirklich keine Ruhe gelassen. Später, dann bin ich noch in eine andere Gemeinde, gekommen, in die Ekklesia-Gemeinde. Und, äh, so nach und nach bin ich immer mehr zu der Überzeugung gelangt, du musst dich untertauchen lassen. Und es war wirklich, war wirklich angefochten. Das ging, das war gar nicht so leicht. Zu der Erkenntnis zu kommen, erst mal, dass man untergetaucht werden sollte, sondern, nicht nur, sondern, dass das auch wirklich, dass man das auch wirklich durchzieht. Da sind viele Sachen dazwischen gekommen. Und dann wird man müde, und dann schleppt sich das so hin. Es hat länger gedauert, aber dann irgendwann, irgendwann haben wir das dann gemacht. Ähm, die Ekklesia-Gemeinde, die hat dafür, äh, in Zusammenarbeit mit einer baptistischen Gemeinde, das große Tauchbecken, Tauchbecken bekommen. und da wurde ich dann halt tatsächlich dann eben auch untergetaucht. Ein paar Jahre später. Aber heute habe ich Frieden drüber. Und ich bin glücklich. Ich bin froh drüber. Und das ist wohl wirklich eine gute, eine wirklich gute Sache gewesen. Ja. Und dann steht hier drin, weiter, die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Da steht nix, da steht nix von, äh, äh, ähm, also, wie, wie das heutzutage oft praktiziert wird. Ich habe das in einigen Gemeinden gesehen. Die brabbeln da so vor sich hin, ohne, dass da irgendeiner was auslegt. In Sprachen reden. In Sprachen reden. Nix Unverständiges. Wenn keine Aus, wo keines Auslegungsbedarf ist, wenn du, äh, wenn du das für dich selber tust. Aber, äh, wenn du in anderen Gruppen zusammen bist, dann muss Auslegung dabei sein. Zwei oder drei und ein anderer lege es aus. Damit die Gemeinde auferbaut wird. Ist aber kein Ausleger dabei, dann schweigen wir müssen. Oder mach es für dich selber. Damit du auferbaut wirst. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ähm, hier gilt aber auch noch ein wichtiger, ein wichtiges Prinzip. Nämlich das, ähm, wo der Satan, den Herrn Jesus, versucht hatte in der Wüste. Stürze dich hinab! Der Engel des Herrn wird dich auffangen. Was hat er daher gesagt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist ganz wichtig. Wir sollten nicht zum Testen einfach, äh, sehen, ob Gott zu seiner Zusage steht, äh, Giftschlangen aufheben oder einfach Gift trinken. Nein, das sollten wir nicht. Aber wenn es mal passiert, durch irgendeinen unglücklichen Umstand oder so, dann wird der Herr uns bewahren. Darauf können wir uns verlassen. Habe ich auch schon gehabt. Im Straßenverkehr. Fast wäre ich umgefahren worden, da hat mich dann, ja, eine Hand von hinten gepackt nach hinten gerissen. Aber es war keiner da, der mich hätte umreißen können. Aber ich habe diese Hand gespürt an meinem Hosenbund. Der hat mich nach hinten gerissen. Tja. Also das ist, das tut dann, das macht er daher. Er tut uns dann bewahren. Aber wir sollen nicht Mutwillen damit treiben. Das ist, das ist ganz klar. Ja. Ja, ihr Lieben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Jesus lebt. Und der Herr hat gesagt, er klopft an eines Menschen Herz ins Tür und wer ihn aufmacht, da kommt er herein. da kommt der Herr herein und macht Wohnung bei uns. Der Geist, der Heilige Geist, der selbst Gott ist, er wohnt in den Herzen der Gläubigen. Wisst ihr, ich weiß, es gibt viele, viele Christen und auch ganze, ganze Organisationen von Gemeinden, die, die glauben wirklich und sie, die rufen an und beten zum Heiligen Geist direkt selber und nennen ihn Heiliger Geist, komm her und so weiter. Ich bin mit dieser Fragestellung immer sehr skeptisch, weil, sein doch mal ehrlich, schau in die Bibel und zeig mir die Bibelstimmung, wo das die Apostel oder so direkt getan haben. Das findet sich nicht. Jesus selber sagt nicht, dass wir den Heiligen Geist selber bitten sollen. Er sagt, alles, was ihr bitten werdet, in meinen Namen, das will ich tun. Bittet den Vater im Himmel, in Jesu Namen. Alles, was wir den Vater bitten werden, in den Namen Jesus, wird der Herr tun. Ich habe das mal ungefähr so verglichen. Man kann es im Prinzip so vergleichen. Es ist ja auch so, äh, ja, nehmen wir mal an, du sprichst zu deiner, zu deiner Frau oder zu deinem, zu einem, oder du, Frau, sprichst zu deinem Mann oder, äh, du sprichst zu einem Freund, dann sagst du ja auch nicht, ich möchte jetzt mit der Seele meiner Frau sprechen. Mit dem Geist meiner Frau will ich reden. und, äh, dann sagst du, Geist von meiner Frau, äh, wie geht es dir heute? Das machst du doch nicht, das tust du doch nicht. Du sprichst doch nicht zu deinem Arbeitskollegen, Geist von meinem Arbeitskollegen, ich will, äh, wie geht es dir heute? Das machst du doch nicht. Du sprichst sie mit dem Namen an. Mit seinem Namen. Sagst, Ina, wie geht es dir heute? Sandra, wie geht es dir heute? Du sagst zum Arbeitskollegen, hey, Hans, wie geht es dir heute? Mit dem Namen musst du ansprechen. Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters im Himmel. Der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes, des Geist des Sohnes Gottes. Also musst du auch ihn mit seinem Namen anreden. Du kannst ihn einfach sagen, Vater, du bittest den Gott Israels direkt, Vater, im Namen von Jesus, ich bitte dich. Und dann wird es geschehen. Und dann wird es geschehen. Du kannst Jesus direkt anreden. Weil, wisst ihr, das ist auch ein riesen Unterschied mit der römisch-katholischen Kirche. Sie glauben tatsächlich, dass der Herr Jesus irgendwo da hinten ist. und deswegen, um ihn gnädiglich zu stimmen, tun sie dann zu dieser Maria reden. Oder zu irgendwelchen versteinerten ehemaligen Heiligen, die sie dann als Heilige bezeichnen und bitten dann, damit diese dann fürbitte tun zu Jesus. Sie erkennen gar nicht, dass der Herr Jesus durch seinen Geist im Herzen der Gläubigen wohnt. Jesus ist auferstanden, aber er wohnt in deinem Herzen, wenn du wirklich an ihn glaubst, wenn du wirklich im Geist von Neuem geboren bist, dann wohnt der Heilige Geist, der Geist des Christus, der Geist des Vaters, in deinem Herzen. Er wohnt da drin. Er ist bei dir und er wird immer da sein. Und du kannst ihn alles fragen. Du kannst alles mit ihm reden. Du kannst ihm dein Leid sagen. Du kannst alles, was dich bedrückt, ihm fragen. Ja, und es ist gut, auch mit anderen Geschwistern noch zusammen zu kommen, wo zwei oder drei in seinen Namen versammelt sind. Denn sie haben ja auch den Heiligen Geist in ihre Herzen und uns dann die Vergebung zusprechen lassen, wie ich am Anfang dieser Predigt sagte. Ja, er vertraut darauf. Amen. Und so segne uns der ermächtige Gott, der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Das Vaterunser, ja, das können wir noch dazu nehmen. Versucht auch ein bisschen so eure eigenen Gedanken, eure eigenen Worte mit hinein zu legen, dass das Vaterunser auch wirklich persönlich wird. O Vaterunser, du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in den Himmeln, so auch auf Erden, ja, so auch bei uns, so auch bei mir und unserer Familie, in unserem Herzen. Dein Wille geschehe, unser tägliches Brot und alles, was wir brauchen, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, die an uns schuldig sind und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein, dein Herr ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Dein Herr ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ja, jetzt machen wir noch ein Liedchen, das, also wenn das heute nicht klappen sollte aufgrund des Filmes, dass das bei YouTube funktioniert, auf Odyssey, der anderen Plattform, da geht es auf jeden Fall hoch. Aber ich hoffe, dass es geht halt. es handelt sich um das Evangelium. Das ist frei, das ist kostenlos für alle Menschen. Okay, also ich mache noch das Annelied, da muss ich kurz die Brille abmachen und das noch einspeichern und dann starten wir das. Okay, gut, habe ich jetzt im Zwischenspeicher gelegt, jetzt tue ich das nur hier oben eingeben, zack. Zwinge an dein Feuer, Herr im Herzen mir, er möge es fremden, lieber Heiland dir, was ich bin und habe, soll dein Eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell, du wirst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wolltest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern, er bleibe bei mir, sei mir niemals fern, Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell, du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Gott. Bald wird uns leuchten, Gottes ewiges Licht, freue dich sehr und verzage nicht, lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald, Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell, du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Gott. Ja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alles Denken und Verstehen, der bewahre eure und auch meine Herzen, in Christus Jesus. In Jesu Namen, Amen. Frohes Auferstehungsfest. Bis zum nächsten Sonntag. Tschau.